Hallöchen zum zweiten Trackcheck hier aus der Bikewelt Schöneck und zwar heute fahre ich den Moosbankpfad. Eigentlich so meine Zweitlieblingsstrecke hier im Park. Das letzte Mal im letzten Video bin ich ja die Jumpline abgefahren. Heute Moosbankpfad. Ich steige für den Moosbankpfad immer auf der Downhill Strecke ein und quer dann rüber. Genau heute wieder mit dem E-Bike plus auf Race Speed. Also Moosbankpfad, Trackcheck, let's go. Wooh! Wooh! Wooo Hut! Oh, 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 oh. 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 Geil. Also, das war der Moosbankpfad mit Einstieg über die Downhillline. Wow, so geil. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.